Als ich zum ersten Mal meine Grosseltern von ihrer Kindheit im Zweiten Weltkrieg sprechen hörte, wurde mir klar, dass das Greifbarste in der Erinnerung steckt. Denn hier verbergen sich die Gefühle und die Gedanken jedes einzelnen Menschen. Ich reiste im Herzen Frankreichs zu zwei Nachbarsdörfern, von wo meine Grosseltern stammen. Dazwischen liegt der Fluss Scheer, der damals auch Teil der vom Deutschen Reich errichteten Demarkationslinie war und Frankreich in zwei teilte. Auf meiner Reise traf ich auf meine Grosseltern und noch mehr Menschen von diesem Ort, die mir Einblick in diese Zeit und deren Kindheitserinnerung gaben, die ich so noch nie erfahren habe.